Nala? Was machst du da? Hast du mir den Knutschfleck gemacht? Heimlich heute Nacht? Das hab ich mir getan. Ich schlingel mich so. Die Villa. Die Villa. Der Liebe. Ein soziales Experiment, in dem ein attraktiver Teenager und sieben Single-Mädchen ein Wochenende gemeinsam in einer prunkvollen Villa leben. Doch nur eine von ihnen wird am Ende um seine Hand anhalten. Und das hier sind unsere Kandidatinnen. Tesla. Cordula. Marie. Ulrike. Nala. Scarlett. Fatima. Johanna. Wer von ihnen wird sein Herz erobern? Jeden Montag und Freitag um 16 Uhr. Die Villa der Liebe. Somit ist in meinem Leben Sport und Fitness eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen ist es für mich persönlich genauso wichtig, dass ihr diese Eigenschaft oder dieses Hobby mit mir teilt. Deswegen habe ich einfach mal beschlossen, wir machen gemeinsam ein paar Übungen. Ein paar Liegestütze, ein paar Squats, wenn das für euch okay ist. Wenn nicht, auch egal. Wir machen es einfach. Ja? Gut. Also wir starten einfach mal mit Liegestütze. Das bedeutet, ihr könnt euch einfach mal in die Position runterbegeben. Liegestütze sieht etwa dann so aus. Machen wir gemeinsam. Ready? Als gemeinsam runter. Tief. Und wieder hoch. Kommt schon Mädels. Gleich nochmal. Tief. Vielleicht kann ich mal einen oder sowas. Und hoch. Machen wir einen letzten. Wir halten unten einfach einmal. Haltet. Haltet. Nochmal halten. Nochmal halten. Haltet. 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 Ich kann das nicht. Das ist unfassbar. Kommt. Wir stehen auf. Ich glaube für euch Priorität ist gesessen. Po, Po. Bauch, Beine, Po. Squats. Kennen wir ein bisschen breiter auseinander stehen. Ein paar Squats. Das würden wir uns hinsetzen. Wir kommen einmal tief. Einmal zusammen. Das sieht aus wie Kacka, aber... Und wieder hoch. Gut. Dann machen wir gleich nochmal. Kommt. Tief. Sehr schön. Und wieder hoch. Zwei Mal mehr. Tief. Und hoch. Ein letztes Mal. Wunderbar. Sehr schön. Das sieht sehr schön aus. Mega. Ich habe tatsächlich noch was anderes vorbereitet. Und da müsst ihr einfach mir vertrauen. Okay. So ein Vertrauenstest. Ihr stellt euch einfach einmal vor mir hin. Und dann lässt ihr euch einfach hinten runterfallen. Es ist ganz einfach. Ich fange euch wenn möglich auf. Ja. Ihr müsst euch einfach mir das Vertrauen schenken. Ich glaube Fatima. Willst du starten? Du. Egal. Du kommst einfach vorne. Guck mal. Du drehst. Ja perfekt. Du drehst dich jetzt einmal mit dem Rücken zu mir. Am besten nimmst du die Arme einfach so zur Seite raus. Perfekt. Und du lässt dich dann einfach fallen. Okay. Ich schwöre wenn du mich nicht fängst. Dann was los. Okay. Einfach vertrauen. Ready when you are. Okay. Lass dich fallen. Bist du fertig? Ich bin ready. Okay. Okay. Woppa. Skullet. Bitteschön. Einmal umdrehen. Arme einfach zur Seite raus. Okay. Ich bin bereit. Schön. Nala. Okay. Einmal die Arme raus. Gut. Ich bin bereit. Sehr schön. Ulrike. Bitteschön. Einmal umdrehen. Arme zur Seite raus. Ja boah. Jawohl. Nein, ich kann das nicht. Alles gut. Nein. Alles gut. Nein, ich kann das nicht. Lass dir Zeit. Du musst nichts erzwingen. Bleib noch mal mit dem Rücken zu mir. Ich ärgere mich manchmal so bei mich selbst. Ich meine, ich würde Alessi doch nicht einen Knutschleck einfach so in der Nacht geben. Außer ich würde das halt im Schlaf machen. Aber ich mache sowas nicht. Ich hoffe einfach, dass dieser Vertrauenstest jetzt dafür gesorgt hat, dass er mich mit anderen Augen sieht. Ich kann das alles nicht. Das wird alles zu viel. Die Schwangerschaft, die ganze Situation. Cordula, wir müssen reden. Was denn? Ich glaube, dass das hier alles nicht das Richtige für uns ist. Wir hätten uns hier niemals anmelden dürfen und schon gar nicht dieses Experiment machen sollen. Ich meine, wir müssen uns doch gar nichts mehr beweisen. Wir wissen doch, wie wir zueinander stehen. Du hast es doch nicht mal richtig beim Butler versucht. Woher willst du das denn überhaupt wissen? Ich glaube, ich kenne meine Gefühle gut genug. Wenn du es nicht auf die Reihe bekommst, dann versuche ich mein Glück halt selber. Wenn du es nicht auf die Reihe bekommst, dann versuche ich mein Glück halt selber. Okay, Ulrike, du kannst mir wirklich vertrauen. Ja, wie die anderen es auch gemacht haben, vertraue mir einfach. Okay? Ja. Wenn ich jetzt meine Hände hier auf deinen Bauch legen. Vertraust du mir? Mhm. Ja. Sehr schön. Ich gehe ein bisschen weiter zurück. Du vertraust mir immer noch. Ja. Gut. Okay, ich gehe noch mal ein bisschen weiter. So. Wow. Was ist das? Hallo, spinnst du? Geht's doch. Du kannst dich einfach anfassen. Zieh mal deinen Top hoch. Ulrike, ich meine das ernst. Ich spür doch, dass da was ist. Okay, Leute, bitte alle kurz leise. Ich muss das jetzt einfach auflösen, okay? Es war alles fake. Der Bauch ist fake. So, bitteschön. Ich habe den Arzt bestochen, damit er nichts sagt. Wow. Ich wollte dich einfach beeindrucken. Beeindruckend, so. Es tut mir leid. Ja. Ich dachte, so kann ich bei dir punkten. Wie man so in einem Mensch enttäuscht sein kann. Unfassbar. Das ist traurig. Sorry. Und nochmal. Mega! So, du jetzt? Okay. Bist du hungrig? Happa, happa. Wieso? Echt lecker. Selbst angebaut. Ja? Echt? Ja. Mega. Mach mal. Und rein da. Ah. Ach. Okay. Ähm. Ja. Ich glaube, ich geh mich jetzt nur noch kurz duschen. Und dann... Wenn du magst, kann ich dich auch mit meinem Gartenschlauch abspritzen. Ja. Okay. Das verschieben wir vielleicht noch nicht. Aber... Wir sehen uns dann später? Ja. Okay. Oh, werter Freund. Was schwirren für wirre Gedanken in deinem Kopf herum. Ich meine, vielleicht hat es mit dem Fluch der Liebe nichts auf sich. Aber... Die Gattin? Von Alessio? Des Herren? Ich meine, die Ex-Gattin. Das sollten wir nicht versuchen. Denk nochmal nach. Von wegen Sommerformat. Jedenfalls weiß ich schon, dass man nicht in fremden Gärten gräbt, aber diese Frucht ist reif. Bereit geerntet zu werden. Und ich liebe reife Früchte. Ich kann von Menschen nur so enttäuscht sein. Ich schwöre, ihr seid alle so falsch. Jeder einzelne von euch. Du machst eine Fake-Schwangerschaft, bist eigentlich behindert, Mädchen. Und merkt keiner, dass er einen Knutschleck hat? Warum merkt das keiner? Alessio, von wem hast du denn denn einen Knutschleck? Passi, mach. Ja? Ganz ehrlich, du warst das. Du wolltest mir das in die Schuhe schieben. Hast du mich grad geschlagen? Oh ja. Bist du eigentlich bescheuert? Gib's doch zu, du warst es. Ich? Ja, du warst das. Mädchen denkst du wirklich, ich geh in sein Zimmer, wo du neben ihm legst, mach ihm einen Knutschleck und damit jeder denkt, du bist es? Offensichtlich, du hast ja gerade erzählt. Äh. Äh. Nein. Nein. Ich. Äh. Huch. Also. Cordula. Ich muss einfach wissen, ob ich auf dich stehe. Ich muss dich bitten, innezuhalten. Ich meine. Ich muss einfach wissen, ob ich auf dich stehe. Bist du dir wirklich sicher, dass du das willst? Ja. Nein. Ich weiß, dieses Format, diese Tage, das wühlt Gefühle in uns auf. Das rüttelt alles durcheinander. Aber Liebe und Leidenschaft, das ist das Kostbarste auf der Welt. Und wir müssen uns sicher sein darüber, was wir empfinden. Wir dürfen das nicht verteilen, als wäre es nichts. Es ist das Höchste aller Güter. Bist du dir wirklich sicher über deine Gefühle? Dachte ich es mir. Ich bin für dich da. Alles wird gut. Mädels. Wie kann man nur Menschen so enttäuschen? Ganz ehrlich. Fatima und Ulrike. Tief mal ein bisschen. Fatima und Ulrike geht. Ihr könnt gehen. Packt eure Sachen und verreist. Wir haben das nur gemacht, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Schmeiß ein bisschen. Komm mal runter. Packt eure Sachen und geht. Ich meine es ernst. Du willst einfach, dass wir hier gehen? Geht jetzt. Okay? Dankeschön. Weißt du was, Alice? Du sagst sowieso nicht so geil. Er fühlt sich einfach. Ja. Ohne Spaß, Alter. Ja. Ähm. Nala? Skalett? Gehen wir an die Bar? Was trinken? Ja? Ja. Lass uns gehen. Ich schwöre, ich sag hier gar nichts mehr. Scheiß Kamerateam. Scheiße, alles fackt mich hier so ab. Das Ding ist, um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, warum ich diese Aktion mit Nala abgezogen habe. Eigentlich spinne ich das gar nicht. Ich schwöre, dass dieser Ort, diese Hitze, diese Atmosphäre, ich weiß nicht, kommt darauf einfach nicht klar. Ich glaub wir sollten reden. Ja, glaub ich auch. Also so über unsere Gefühle und wie wir zueinander stehen. Ich meine, wir haben es hier so schön und wir sollten es echt irgendwie ausnutzen. Ich weiß nicht. Mal sehen, wie es mit uns weitergeht, ne? Boah, es ist so heiß hier, kannst du mich vielleicht mal eincremen. Tja. Ab jetzt mach ich alles für dich. Besser so. So all my ladies who got a brother that doesn't treat them right. Put your finger right in his face and tell that man bye bye. Ja, bitte? Gerne. Was gibt's? Ich, ich muss dir etwas beichten. Ich, ähm. Was ist los? Komm. Ich hab mich in, ich hab mich in deine Ex-Freund verliebt. Es ist soweit. Die wichtigste Entscheidung deines Lebens steht an. Ja Mädels, es ist soweit. Gut. Wie ist es?